Tic-Tac-Toe, herzlich willkommen! Paris und Deutschland nehme ich Julian Draxler. La Liga, Brasilien, Vinicius Junior. Ui! Liverpool, Deutschland nehme ich Emre Can. Ich nehme La Liga, Deutschland, Toni Gros. Okay, warte mal, wo bin ich jetzt? Ich weiß auch nicht. Durch Liverpool und England nehme ich ganz einfach. Nehmen wir Alexander, Trent, Arnold. Liverpool, Brasilien, Firminio. Ui! Ne, ich mache jetzt erst mal Paris und Brasilien, nehme ich Marquinhos. Als ob da ein Engländer gespielt hätte. Bei Paris? Ja. Gibt es nur einen? Echt? Spielt er noch da? Ne. Ach du heiliges Spiel. England, Paris, David Beckham. Ja gut, dann haben wir noch La Liga und England, oder? Jetzt bist du, oder? Ja, aber es ist ja nur noch La Liga und England offen. Vinicius Junior kann keiner mehr gewinnen? Ne. Okay. Ja, wie? Nein! Orenschin fertig! Ich habe einmal, mache ich ihn fertig!